Sie wollen wissen, kann man Online-Casinos mithilfe von Tricks schlagen? Ja, kann man. Um immer zu gewinnen, müssen Sie eine spezielle Software benutzen. Schauen Sie mal auf den Guthabenzeller unter. Das Guthaben steigt langsam, aber beständig immer weiter an. Über 30 Euro Gewinn in weniger als einer Minute. Auch Sie können mithilfe meiner Software bei Online-Casinos immer gewinnen. Wie das geht, mein Geheimnis lautet Software-Manipulation. Es folgt einem Beispiel einer gelungenen Casino-Manipulation im Online-Roulet. Jetzt das Spiel mit manipulierter Casino-Software im Echtgeldmodus und einem Startguthaben von 8.204 Euro. Sie sehen, das Guthaben steigt permanent. Es schwankt ein wenig, aber im Mittel steigt es die ganze Zeit. Spiel- oder Set-Strategien funktionieren definitiv nicht, da das Casino immer einen Hausvorteil hat. Sie gewinnen nur dann, wenn Sie wissen, wie Sie die Casino-Software manipulieren. Der Trick ist es, den Hausvorteil des Casinos umzukehren, sodass Ihre Gewinne gezählt, Verluste aber gar nicht verbucht werden. Folglich spielen Sie mit einem positiven Erwartungswert. Und gewinnen so, bei mehreren Runden, vollautomatisch Geld. Es ist dann egal, ob Sie irgendwelche Set-Strategien benutzen. Die Manipulation der Casino-Software lässt Sie automatisch gewinnen. Schauen Sie mal auf den Zähler. Schon über 600 Euro Gewinn. Das Guthaben beträgt 9.329 Euro und steigt weiter. Das entspricht einem Gewinn von 1.125 Euro in 13 Minuten. Wir kommen zu einem Endguthaben von 9.379 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 1.179 Euro. Sie sehen, dass ich Ihnen hier keinen Bären aufbinde, habe ich mich mal hier in meinen Casino-Bank-Account eingeloggt. Das heißt Web-Dollar für den Casino-Club. Sie sehen hier, dass ich innerhalb der letzten 360 Tage, also im Jahr 2012, folgende Beträge abgebucht habe. Das sind über das Jahr 2012 verteilt einmal 31.000 Euro, 49.000 Euro und 48.000 Euro. Wenn wir das mal zusammen addieren, kommen wir auf den Betrag von 130.000 Euro in etwa. Zuzüglich der Beträge von Januar 2013 kommen wir auf 155.000 Euro, die ich innerhalb von einem Jahr abgebucht habe auf meinen Bank-Account. Es sind keine Einzahlungen hier vorhanden. Das sind wirklich tatsächlich 155.000 Euro, die ich hier in einem Jahr gemacht habe. Wenn Sie auch einen solchen Betrag im Casino mit manipulierter Software gewinnen möchten, so klicken Sie jetzt bitte unter diesem Video auf den Link www.casinotrick.net. Klicken Sie auch nochmal auf den Link im Weiterleitungshinweis von YouTube. Füllen Sie auf der nächsten Seite einfach Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf jetzt kostenlos teilnehmen. Sie können dann sofort Ihre manipulierte Casino-Software herunterladen. Sie finden auf meiner Webseite www.casinotrick.net auch alle Informationen darüber, warum ich diesen Casino-Trick für Sie kostenlos zur Verfügung stelle und warum der Casino-Trick legal ist. Klicken Sie jetzt einfach unter diesem Video auf den Link www.casinotrick.net. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.